Liebe Leuchtturmbauer, dieses Wort von Leo Tolstoi ist recht wertvoll für unsere Vision von einer besseren Welt. Denn am meisten hindert uns unser eigenes bisheriges Denken an einem wirklichen Fortschritt. Unsere Überzeugungen und Erfahrungen versperren uns oft die freie Sicht. Es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Der Leuchtturm ARD ist ein Symbol für den freien Austausch von guten Ideen und fundierten Meinungen. Der Leuchtturm ARD wird der unabhängige Marktplatz von guten Ideen. Die besten Ideen werden sich durchsetzen. Zu meiner Vorgeschichte. Ich war 2021 Teilnehmer der Bürgerkonferenz Media Future Lab, finanziert durch die bayerische Regierung unter der Leitung von Professor Michael Mayen am Institut für Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Der bayerische Staat unterstützte uns also finanziell mit demokratiefördernden Maßnahmen. Man könnte sagen, wir haben noch funktionierende Institutionen. Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Demokratie derart tief beschädigt ist, dass wir sogar Gefahr laufen, sie ganz zu verlieren. Wir Menschen sind fast alle anfällig für Korruption und Übervorteilung. Und für persönliche Fehler sind wir sogar zu 100% anfällig. In unserem Media Future Lab haben wir zwei wesentliche Dinge herausgearbeitet. Erstens, die durch uns Menschen ständig entstehenden Fehler eines Systems können nur durch Transparenz rechtzeitig erkannt werden. Zweitens, ein System muss immer als Prozess gesehen werden, der sich in regelmäßiger Überarbeitung befindet, ähnlich eines Computerbetriebssystems. Damit sind wir wieder ganz nah am Marktplatz der Ideen und des Diskurses. Der Leuchtturm ARD soll wichtige Grundlage werden für die ständige Verbesserung des Systems durch die besten Ideen im freien Austausch von freiem Geist. In den letzten Jahren durfte ich bei meinen Recherchen 100 der größten Köpfe kennenlernen, die hervorragende Ideen für die Zukunft der Menschheit haben. Wegen diesen 100 Menschen bauen wir jetzt den Leuchtturm. Diese 100 Menschen werden durch ihre Ideen viele weitere inspirieren, so wie sie mich inspiriert haben. Warum sind wir also in der heutigen Situation? Weil wir eine Verkrustung zugelassen haben, die die Transparenz einschränkt. Und weil wir eine Kaste der Privilegierten gezüchtet haben. Privilegien sind sehr verlockend, es erfordert sehr viel Charakter, freiwillig auf sie zu verzichten. Und diesen Charakter können wir beim Menschen leider nicht voraussetzen. Jedes System braucht daher zwingend unabhängige Kontrolle und Transparenz. Unser Beispiel öffentlicher Rundfunk. Die guten Gedanken der Pluralismusförderung durch Rundfunkrat, Programmbeirat und sonst irgendwem verfaulen seit Jahrzehnten vor sich hin. Weil kluge Menschen immer einen Weg um die Kontrolle herum finden. Genau deshalb ist ständige Nachbesserung nötig. Genau deshalb muss ein System immer ein Prozess sein, der entstehende Lücken immer neu schließt. Der Leuchtturm ARD ist also nur der Marktplatz der guten Ideen und damit nur die Voraussetzung für eine neue Welt. Die neue Welt der Zukunft wird erst entstehen durch die vielen hundert Ideen. Deshalb machen wir das für unsere Kinder. Keinen Cent mehr für die alte ARD. Wir bauen jetzt den Leuchtturm ARD. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018